Lineart ist meist eine einfarbige Zeichnung, die ausschließlich aus Linien besteht. Die Lineart-Illustration zu erstellen ist trotz dieser offensichtlichen Reduktion von Mitteln eine vielseitige Aufgabe, weil sie statt auf Farbfelder, wie viele andere Illustrationen, eher auf Kontrasten aufbaut. Lineart-Illustrationen finden wir heute oft in animierten Logos, Webdesign, Mode-Illustrationen und Erklärvideos.